Musik Ein wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier im H3 in Eningen zum RTF1 Sporttalk. Heute mit einem auch für den Spitzensport unserer Region immer brisanter werdenden Thema Sportförderung im Spannungsfeld, Ganztagesschule und Verein. Es zeigt sich immer mehr, dass Ganztagesschule die Jugendarbeit außerschulischer Bildungsträger erschwert, also des Sports, der Kunst, der Musik und so weiter. Und je mehr sich die Schule zum ganztägigen Lebensraum entwickelt, umso mehr sind natürlich, um in unserem Bereich Sport zu bleiben, Vereine und Fachverbände davon betroffen. Zeitlich, räumlich, finanziell, personell, inhaltlich, in vielerlei Hinsicht. Wir sprechen darüber und freuen uns auf unsere heutigen Experten und Gäste. Herr Professor Lothar Bösing, er ist Leiter, Direktor des Seminars für Didaktik und Lehrerbildung in Tübingen. Herzlich willkommen. Frau Isabel Baumann, Ex-Bundestrainerin und Studiendirektorin an der Geschwister-Schulschule Tübingen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herr Dr. Tim Kern, er ist der sportpolitische und bildungspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Und Herr Klaus Tapeser, er ist der Präsident des Württembergischen Landessportbundes, WLSB. Herzlich willkommen im H3 in Eningen. Am Anfang machen wir immer so eine kurze Warum-Abfrage, die Sie bitte kurzthesenhaft prägnant beantworten. Inwieweit, Herr Tapeser, wenn ich mit Ihnen anfangen darf, erschweren die Ganztagesschulen die Sportförderung, die Arbeit und die Angebote der Vereine? Ganz einfach die Antwort. Den Vereinen, uns fehlt ein halber Tag. Denn früher hatten wir Halbtagesschule. Meistens war nachmittags unterrichtsfrei. Heute haben wir Ganztagesschule. Das heißt, mindestens drei von fünf Tagen, von fünf Schultagen, sind die Kinder bis in den späten, teilweise späten Nachmittag gebunden. Das ist, glaube ich, das Offensichtlichste. Es fehlen uns aber nicht nur die jungen Leute. Es fehlen uns auch viele Sportlehrerinnen und Sportlehrer, viele Lehrerinnen und Lehrer, die schon immer das Rückgrat unserer Vereine waren, im Bereich der Übungsleiter, im Bereich der Fachsportleiter. Und es fehlen Sportstätten. Denn eine Schule hat nun die Möglichkeit und auch sicherlich die Not, über den ganzen Tag mit den Sportstätten zu planen. Es ist ja auch dann einfacher, die Schulstunden unterzubringen, die Betreuungsstunden unterzubringen. Uns fehlen also auch Sportstätten. In der Konsequenz heißt es natürlich auch, dass uns Sichtungsmöglichkeiten für Leistungssportlerinnen und Leistungssportler fehlen. Danke. Herr Dr. Kamm, als FDP-Landtagsabgeordnete, wie sehen Sie das Spannungsfeld zwischen Ganztagesschule und Verein? Man darf dazu sagen, Sie sind selber mal Lehrer gewesen. Ja genau, ich war selber Lehrer und habe das auch sehr, sehr gerne gemacht. Am Gymnasium in Reutlingen, am Friedrich-Liszt-Gymnasium. Das Spannungsfeld zwischen Ganztagsschule und Sportvereine verschärft sich momentan in Baden-Württemberg. Die neue Landesregierung hat ein Lieblingskind, die Gemeinschaftsschule. Und alle Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg sind immer gebundene Ganztagesschule. Also nicht freiwillig, nicht offen oder teilgebunden, sondern immer Zwang, Pflicht zur Ganztagsschule. Und da diese Schulen ja sehr stark gefördert werden, jetzt der Ausbau kommt immer weiter voran, wird es natürlich auch schwieriger, weil genau die Probleme, die Herr Tapeser gerade eben angesprochen hat, ergeben sich auch im Zuge der Ausweitung der Gemeinschaftsschule. Frau Baumann, Sie sind auch aktuell Jugendtrainerin bei LAV Stadtwerke Tübingen. Wie wirkt sich aus Ihrer Sicht als Jugendvereinstrainerin die Ganztagesschule auf die Vereinsarbeit aus? Ja, im Wesentlichen genau so, wie das der Herr Tapeser eben schon gesagt hat. Das ist ein zeitliches Problem und ein Sportstättenproblem. Ich möchte es nicht ganz so negativ ausdrücken. Die Ganztagsschule wäre sicherlich gut für den Leistungssport, wenn der Sport mehr Rolle spielen würde in der Schule. Wir als Partnerschule der Sportcenter Geschwister-Schollschule haben das im Großen und Ganzen geschafft, aber in vielen Schulen spielt es eben leider Gottes keine Rolle. Und deshalb gehen uns die wirklich aktiven Talente verloren. Auch ein zweiter Grund an der Ganztagsschule in G8 ist ein Problem. Der Großteil der Gymnasiasten ist heute mit 17, 17,5 Jahren in der Schule fertig und muss sich dann wegbeweben. Das ist in den meisten Sportarten auch der Zeitpunkt, wo man eigentlich die größten Fortschritte macht. Also das sind zwei unterschiedliche Angelpunkte. Herr Professor Bösing, Sie sind auch noch Vizepräsident des Deutschen Basketballbundes, DBB. Deswegen die spitzensportliche Komponente für Sie besonders herausgestrichen. Wie wirkt sich die Ganztagsschule auf Ihre Nachwuchskarte, auf Ihre Auswahlspieler aus? Im Wesentlichen hat es zur Konsequenz, dass wir immer mehr zentralisieren müssen. Dass wir in der Breite immer weniger in der Lage sind, die wirklich talentierten Kinder zu erfassen und gezielt zu fördern. Das bedeutet, dass wir durch die Ganztagesschule und wie es Frau Baumann gerade gesagt hat, wir brauchen einfach den Zugang in die Schulen, dass wir gezwungen sind, die gesamten Kaderveranstaltungen zu zentralisieren. Und vor allen Dingen dann auch von den Wochentagen wegzulegen, vermehrt aufs Wochenende, was natürlich auch nicht unbedingt familienfreundlich ist. Vor allen Dingen, wir verfolgen das Konzept, dass wir möglichst lange wohnortnah versuchen zu fördern. Und genau dieses wird im Prinzip nicht torpediert, aber relativ schwierig gestaltet. Frage vielleicht jetzt ein bisschen hinsichtlich der Fakten, der Ausgangssituation. Wie sieht es eigentlich aus mit der Ganztagesschule? Offene, gebundene Form. Herr Professor Bösen, können Sie mal kurz nochmal die Unterschiede sagen? Und wie verbreitet ist dieses Schulsystem bereits? Also in der gebundenen Ganztagesschule sieht es so aus, dass verbindlich dreimal wöchentlich ein Ganztagesprogramm von den Schulen angeboten werden muss. Und darin müssen alle Kinder und Jugendlichen teilnehmen. Bei der offenen Form ist es so, ja, das ist ein Inhalt. Angebot klingt etwas schönfärberisch. Es ist ein Pflichtprogramm, wobei die Schule natürlich Gestaltungsmöglichkeiten hat, was sie an den betreffenden Tagen anbietet. In der offenen Form sieht es so aus, dass die Schüler die Wahlmöglichkeit haben, an diesen Angeboten teilzunehmen oder auch nicht teilzunehmen. Und da zeigt sich schon für viele Bereiche ein Problem. Es gibt für meine Begriffe noch immer relativ viele Eltern, Gott sei Dank, die ihre Kinder auch selbst miterziehen wollen, maßgeblich miterziehen wollen. Und da halte ich die gebundene Form für ihr kontraproduktiv. Frau Bösen, die Frage an Sie natürlich einerseits als Jugendtrainerin, andererseits auch als Mutter einer recht erfolgreichen Nachwuchsathletin. In welcher Verfassung kommen die Jugendlichen nach so einem schönen Ganztagsprogramm in der Schule zu Ihnen abends ins Training? Ja, größtenteils schon schwer belastet. Das ist ganz klar. Die Komprimierung der Schulzeit hat sich auch auf die Leistungsfähigkeit der Kinder, Jugendlichen in dem Alter ausgewirkt. Wie gesagt, ich sehe die ganz, ganz große Chance darin, dass der Sport und die Schule zu Partnern werden. Denn in der Schule sind teilweise hervorragend ausgebildete Leute. Sehr viele Lehrer haben auch irgendwo im Leistungssport eine Karriere gemacht, sind Trainer oder Übungsleiter. Es sind die Sportstätten meistens vor Ort und es gibt Freiräume. Und so ist es eben möglich, dass in manchen Schulen, das wird ja auch hier überall praktiziert, ob das das Quenstädt in Mössingen ist oder hier im Keppler-Gymnasium in Pfullingen bei uns, die Metzinger machen, dass das einfach die Möglichkeit gibt, dass Training in der Schule stattfindet. Ist das das Schüler-Gymnasium in Pfullingen? Ja, und es wäre mein ganz, ganz großer Wunsch, dass noch mehr Schulen, vor allem die Schulleitungen, denn die müssen das Ganze ja mittragen, auch wirklich die Chance sehen, Kinder, talentierte Kinder nicht nur zu tollen Schülern und tollen Theater, Schauspielern zu machen und die Musik zu fördern, sondern wirklich auch zu sagen, unsere Verantwortung liegt in der Förderung des Leistungssports. Und wenn man dann die Kinder entsprechend, ja, wertschätzt für diese Extrazeit, die die aufbringen für ihren Leistungssport, dann haben wir schon mehr als die halbe Miete. Sie wollten was ergänzen, Herr Dr. Kamm. Ich sehe das genauso wie Frau Baumann. Es gibt ja Gott sei Dank schon ganz viele Kooperationen zwischen Ganztagesschulen und ich sage mal Bildungsangeboten von außerschulischen Partnern. Im kirchlichen Bereich haben wir das, im musischen Bereich und eben auch im sportlichen Bereich. Aber das ist momentan immer sehr zufällig und das hängt auch sehr stark an der Person des Schulleiters oder der Schulleiterin. Wenn er selber vielleicht einen sportlichen Hintergrund hat, dann haben es Sportvereine leichter an der Ganztagesschule ein kompetentes Sportangebot zu machen. Kommt er aus dem musischen Bereich, haben es vielleicht die Musikvereine oder die Musikschule leichter. Ich denke, wir müssen hier ein bisschen weg vom Zufallsprinzip kommen, weil wir ja möglichst vielen Kindern auch ein breites Angebot an Bildungsmöglichkeiten bieten wollen. Vielen Dank, Herr Tapieser. In einer WDSB-Broschüre habe ich gelesen, 70 Prozent des Wissens und der Kompetenzen der Schüler werden trotz Ganztagesschule informell außerhalb von Schulen erworben. Braucht die Gesellschaft Vereine? Die Sportvereine sind die wichtigsten außerschulischen Bildungsträger. Ganz einfach, in aller Bescheidenheit, wir haben die meisten Kinder und Jugendlichen bei uns in unseren Vereinen. Bei uns, und das ist ja der Charme der Sportvereine, lernen die Leute, die jungen Leute nicht nur bewegen, sich bewegen, sondern es wird unendlich viel neben dem Sport transportiert. Wir alle wissen um die Zusammenhänge der Gedächtnisleistung, der Gehirnleistung und der Bewegung. Ein unverzichtbares Element, nicht nur Professor Spitzer führt es permanent im Mund. Wir lernen in den Vereinen auch andere, ich möchte es wirklich sagen, demokratische Spielregeln. Wir lernen den Umgang miteinander. Wir lernen den Umgang mit Gewinnen, mit Verlieren, mit den Schwächeren, mit den Stärkeren, mit den Kindern, die einen Migrationshintergrund haben, mit Kindern, die eben nicht so begabt sind wie andere. Und diese demokratisch-sozialen Nebenerscheinungen unserer Sportvereine, die drohen verloren zu gehen und die drohen wir zu verlieren. Und mein Standardbeispiel ist es immer, schauen Sie sich mal die Traditionsfahnen von alten Turnvereinen an. Da ist Schwarz-Rot-Gold auf der einen Seite. Und das heißt nicht Deutschtümelei, sondern das kommt aus den revolutionären Zeiten des Bürgertums 1848. Also es ist ein Zeichen von Bürgergesellschaft, die in einem Verein vermittelt wird. Und das ist das Zeichen unserer Gesellschaftsform. Herr Professor Bössing. Wenn ich da noch gerade ergänzen darf, das halte ich für einen wichtigen Gesichtspunkt, denn der wird immer wieder vernachlässigt. Die gesellschaftspolitische Wirkung von unseren Sportvereinen. Da wird an der Basis Jugendpolitik und Jugendarbeit geleistet. Und das kommt häufig ein bisschen zu kurz. Aber gestanden Sie mir gleich den Ausblick. Wir müssen in Kooperation mit den Vereinen und den Schulen Lösungsmöglichkeiten anstreben. Da kommen wir aber noch explizit drauf, Herr Professor. Was ich Sie fragen möchte, da Sie ja auch Vater einer sehr sportlichen Tochter waren und sind, die in den USA sehr viel erfolgreich geschwommen ist. Frage, wenn jetzt die Gesellschaft im Wandel ist, wenn die Schulsysteme sich tatsächlich so wandeln in den Ganztagsbetrieb, aus vielen anderen Gründen natürlich vielleicht auch verständlich. Warum kann man die Vereine nicht umstrukturieren aus ihrer Sicht, dass man es macht wie in den USA und dort Schulsportvereine hat, wo man jeden Nachmittag sozusagen dann seinen Teamsport oder seine Big Band oder was auch immer machen kann, bestens gefördert von professionellen Trainern unterrichtet, wäre das keine Alternative zum normalen Verein hier, wie wir ihn bisher gewohnt sind? Zunächst einmal muss man dann aus meiner Sicht sagen, dass es einfach lange Traditionen gibt. Und ich glaube, ein Modell, wie es in den USA gelebt wird, wäre für uns hier in dieser Form nicht umsetzbar. Man muss nämlich auch dazu sagen, dass relativ viel Geld von den einzelnen Personen da reingesteckt wird. Das heißt also, wir haben hier, Entschuldigung, wir haben den Himmel auf Erden. Wenn ich mir überlege, was bei uns für Mitgliedsbeiträge, für Vereine gefordert werden, Entschuldigen Sie, meine Tochter lebt jetzt auch in den USA, die lachen über solche Beträge. Da kostet die Schule richtig Geld, da kostet die Universität richtig Geld. Also, junge Leute, die in den USA studieren, gehen, wenn sie ins Berufsleben eintreten, häufig mit Krediten über 100, 200.000 Dollar ins Berufsleben. Die sind erst mal zehn Jahre damit befasst, ihre Schulden abzutragen. Und bei uns ist das Schulwesen und zwar auf einem hohen Niveau, qualitativ hervorragenden Niveau, kostenfrei. Und unsere Studien sind kostenfrei. Da machen wir uns gar keine Gedanken, was wir hier an gesellschaftlichem und auch an ökonomischem Vorteil gegenüber den USA haben. Also, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich halte dieses Modell erstens nicht umsetzbar für uns und zweitens auch gar nicht anstrebbar. Okay. Herr Dr. Kampferl, ja Moment Isabel, eine kleine Zwischenfrage hätte ich doch an den Bildungspolitiker hier. Wenn man jetzt hier davon ausgeht, dass der Herr Professor Bösing hat ein hohes Lied auf die Qualität unserer Schulen gesungen, aber man hat bei der Ganztagsschule doch oft auch den Eindruck, es geht nachmittags in erster Linie um möglichst kostengünstige, sage ich jetzt mal, jetzt so nicht billige Aufbewahrung der Kinder und Jugendlichen. Genau. Und das müssen wir, also die Bildungspolitiker, um alles in der Welt verhindern. Denn es geht nicht um Quantität in diesem Bereich, sondern es muss doch um Qualität gehen. Und da würde ich auch warnen davor, Amerika als Vorbild zu sehen, wir sind doch in Baden-Württemberg das Land des Ehrenamtes. Ich glaube, jeder vierte Baden-Württemberger ist Mitglied eines Sportvereins und wir wären doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir dieses, wie Sie zu Recht gesagt haben, was dort alles gelernt wird an Wettbewerb, an Fairness, an sozialem Miteinander, wenn wir das riskieren, indem wir den Kindern nicht mehr den Zugang ermöglichen zu den Vereinen, weil das ja auch für gerade den ländlichen Raum enorm wichtig ist für das soziale Zusammenleben, dass wir Vereine haben. Das heißt, Ganztagesschule ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier auf Qualität achten. Die Kinder sollen nicht irgendwie aufbewahrt werden, sondern sie sollen dort die Stärken, die wir in den Vereinen haben, das Wissen, was wir in den Vereinen haben, das sollte man auch für die Schulen nutzbar machen im Interesse der Kinder. Frau Böhmann, Sie wollten was sagen und ich habe es unterbrochen. Ja, das war eigentlich das Stichwort der Ehrenamtlichkeit. Das hat der Herr Kern genauso beschrieben, wie ich das auch sagen wollte. Aber ich möchte auf Herrn Bösing nochmal reagieren. Ich bin vollkommen überzeugt davon, dass das amerikanische System bei uns nicht funktionieren kann und auch nicht angestrebt werden sollte. Vielmehr, und vielleicht wiederhole ich mich da, wäre es sinnvoll, den Verein in die Schule zu holen. Denn ich glaube, dass auch nicht die Schule alleine alles im Leistungssport leisten kann. Es muss für die Schüler, für die Kinder, die Jugendlichen auch einen notenfernen Raum geben. Ich bin in der Schule Lehrerin und im Verein Trainerin. Da ist jeder mit mir per Du, da darf man auch mal ein bisschen einen anderen Jargon haben. Und das muss auch in der Schule dann möglich sein. Das heißt, wenn ich Training in der Schule gebe, dann bin ich dort nicht Lehrer. Und da herrscht auch ein anderes Verhältnis. Und das muss den Schülern gegeben sein, dass man wirklich sagen kann, ich bin dort eigentlich Vertreter des Vereins. Aber jetzt gleich auf den Verein und auf das Training nochmal nachgefragt. Wenn die Kinder sozusagen aufgrund der Ganztagerschule, insbesondere aufgrund der gebundenen Ganztagerschule, nachmittags nicht mehr so gut in die Vereine kommen können, dann sollten die Vereine auf die Schulen zukommen. Was wäre dabei zu beachten aus Ihrer Sicht? Ja, das ist, dass man das Gespräch findet, dass zum Beispiel schon in der Erstellung des Stundenplans darauf Rücksicht genommen wird. Wir haben zum Beispiel eine Mittagspause, die etwas gestreckt wird. Und in dieser Mittagspause finden viermal in der Woche Trainingseinheiten statt. Die sind sportartübergreifend. Da gehen die Basketballer hin, die Volleyballer und die Leichtathleten Judaka, wer halt bei uns an der Schule ist. Aber da können die Vereine ja nicht ihre Trainer abstellen, um in der Mittagspause dort irgendwas anzubieten. Müssen sie Gott sei Dank nicht, weil bei uns an der Schule sehr viele Lehrer auch Trainer sind. Aber schon am frühen Nachmittag kommen die ersten Trainer, die sind teilweise Honorartrainer, teilweise hauptamtliche Trainer, die den ganzen Tag Zeit haben. Beim SV03, bei den Basketballern ist das so. Da kommt der Jugendtrainer und macht, was bei uns Basketball AG heißt, aber eigentlich U12-Mannschaftstraining ist. Und das ist unser Ziel, das für alle möglichen Sportarten so möglich zu machen. Und ich bin mir ganz sicher, dass das auch in anderen Schulen genauso realisierbar ist. Denn die Sporthallen stehen uns in der Schule jetzt bis 18 Uhr zur Verfügung. Und das muss jetzt auch für die Vereine genutzt werden können. Herr Professor Bösen und dann Herr Tapesa. Aus der Sicht möchte ich nochmal auch darstellen, um das zu verstärken. Wir als Verbände und auch alle Institutionen, die da eine Möglichkeit haben, müssen die Vereine und die Schulen dabei unterstützen. Wir als DBB haben zum Beispiel eine Broschüre erstellt, um den Vereinen und den Schulen den Weg zu erleichtern, aufeinander zuzugehen. Es sind einfach große Hemmschwellen da, auch teilweise mangelndes Wissen um den jeweils anderen. Auf beiden Seiten? Ja, auf beiden Seiten. Also sowohl von Vereinsseite als auch von schulischer Seite. Und von daher ist es einfach wichtig. Und unser Ziel ist ja, Spitzensportförderung zu betreiben. Dass wir sehr früh Strukturen schaffen, über die solitäre Eliteschule des Sports, Partnerschule des Sports hinaus, müssen wir Strukturen schaffen, die eine Spitzensportförderung dauerhaft möglich machen. Ich bin ein fester Vertreter von der Tatsache, dass Leistung überall ein zentrales Element in unserer Gesellschaft ist. Moment, Herr Tappeser, welche Angebote können die Vereine den Schulen machen, realistischerweise? Vom Personal, von den Inhalten, von den Sportarten her? Die Zusammenarbeit zwischen Vereinen und Schulen, das haben wir heute Abend schon mehrfach gehört, ist ja nichts Neues. Die Kooperation Schule-Verein oder Vereinschule hat lange Tradition. Viele Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sind daraus hervorgegangen. Ich darf an den TV Rottenburg mit dem Volleyball-Erstliga erinnern. Es gibt darüber hinaus viele andere Formen der Zusammenarbeit jetzt schon. Aber, und das ist mir ein Anliegen, dass es nicht nur um Spitzensport geht, sondern es muss um Breitensport gehen. Wir müssen, um die Spitze zu erreichen, brauchen wir eine solide Grundausbildung. Und da müssen wir uns Gedanken machen, vor allen Dingen in den Grundschulen, wenn wir die gebundene Ganztagesschule bei den Grundschulen haben. Und das ist erklärtes Ziel, dass das so kommen wird. Also die Stadt Stuttgart hat das Ziel, bis 2020 alle ihre Grundschulen umgestellt zu haben auf Ganztagesschulen. Da müssen wir rein. Und da ist das Lösungswort die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Aber um diese partnerschaftliche Zusammenarbeit zu bekommen, brauchen wir Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen können für uns nur heißen, die außerschulischen Bildungsträger, und da rede ich nicht nur für den Sport, die außerschulischen Bildungsträger müssen im Schulgesetz verankert werden. Wir fordern alle ein neues Schulgesetz, die SPD seit vielen, vielen Jahren. Wir brauchen diese Verankerung, dass eine Schulleitung, die mit Sport weniger am Hut hat, oder ein Vereinsvorstand, der mit Sport weniger am Hut hat, eben darauf gebracht wird, damit zusammenzuarbeiten. Und wir reden immer, Entschuldigung, das ist mir ganz wichtig, nur von Schule und Verein. Nein, wir brauchen auch die Schulträger dazu. Also auch die Kommune, die Schulträgerin ist, der Landkreis, die Gemeinde, die Stadt, die muss sagen, ja, wir wollen das. Und jetzt werden Sie mich fragen natürlich, was kostet das alles? Das ist nicht zum Nulltarif zu haben, auch wenn unsere Übungsleiter sehr viel ehrenamtlich machen. Aber wir brauchen einen gewissen Kostenrahmen, sonst finden wir die Leute nicht. Und da kann ich nur sagen, wer A sagt zur Ganztagesschule, der muss auch B sagen zur Finanzierung. Alles klar. Herr Dr. Kern, jetzt sind Sie gefragt. Die Politiker sind ja alle eigentlich bekannt dafür, dass sie wirklich schöne Sonntagsreden halten können. Und es gibt kaum eine schöne Sonntagsreden, ohne dass einer auf die Bedeutung der Bildung eingeht. Warum wird nicht mehr Geld bereitgestellt? Konkret gefragt könnte man sich vorstellen, die Bildungspolitiker sprechen auch sehr häufig von Integration, dass man einfach die Etats auch ein bisschen breiter fächert, dass man zum Beispiel Mittel aus dem Etat der Integration rauskriegt. Woran liegt das Problem, dass man nicht mehr Geld da reinstecken kann, dass der Input finanziell zu gering ist? Also Sie haben sicherlich recht, dass man das nicht zum Nulltarif kriegen kann. Qualität kostet ein Stück weit auch Geld. Und da ist uns dann schon die Frage an die Landesregierung, ich gehöre ja der Opposition an. Sie waren lange genug. Ja, also ich persönlich war Lehrer. Das stimmt schon. Nein, ich will auf Ihre Frage antworten. Also ich glaube nicht, dass es zum Nulltarif geht. Ich glaube aber, dass wir in einem ersten Schritt auch wichtige Dinge umsetzen können, die kein Geld kosten. Wir brauchen dringend nach meinem Dafürhalten eine Rahmenvereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und eben den Sportverbänden, dem Verband, dass man sich ja im Grunde anerkennt, dass man die Möglichkeit hat, an die Schulen auch tatsächlich zu gehen. Dann solche Dinge wie rechtliche Probleme, Versicherungsfragen. Das sind alles Dinge, die kosten nicht sehr viel Geld, aber sie müssen gelöst werden. Und sie müssten eigentlich schon längst gelöst sein, wenn man, wie die Landesregierung, so massiv den Ganztagsausbau forciert. Wie gesagt, auch wir von der FDP sehen durchaus natürlich die Notwendigkeit, dass man im Ganztagesbereich was macht, weil man einfach auch den Eltern es ermöglichen möchte, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Aber ich würde das eben nicht als Zwang, als gebundene Ganztagesschule, sondern eben auch als Ganztageszug. Und diese Rahmenvereinbarung, die halte ich für etwas ganz, ganz Entscheidendes, dass man ins Gespräch kommt zwischen dem Kultusministerium und den Verbänden. Und das kostet nicht viel Geld. Aber ich gebe Ihnen recht, ohne Geld wird es nicht gehen. Aber auch wenn sich das nach Sonntagsrede anhört, das sollten uns die Kinder wert sein. Herr Professor Bösen, konkret ein paar Maßnahmen abgefragt. Was ist eigentlich geworden? Man stellt ja immer wieder fest, es wurde von Herrn Professor Spitziger gesprochen, wie wichtig Bewegung ist. Sie sind am Seminar für Didaktik hier. Was ist mit dem alten Wunsch nach der täglichen Sportstunde? Also das wird mit Sicherheit auch in der Zukunft ein Wunschtraum bleiben. Leider. Leider, ja. Aber was man zumindest jetzt zum Beispiel von unserem Haus aus forciert ist, das sogenannte bewegte Lernen. Das heißt, wir versuchen Elemente der Bewegung in das tägliche Unterrichten einzubinden. Und bei uns werden beispielsweise alle Referendare mit dem Thema bewegtes Lernen vertraut gemacht im Rahmen von Kompaktveranstaltungen. Und wir haben ein sehr positives Echo von den unterschiedlichsten Referendaren auf diese Programme. Das heißt, wie binde ich Bewegung ein, nicht nur im Sport, sondern eben auch in Mathematik, in Englisch und so weiter. Und das Programm, das wir da erfahren, ist wirklich sehr positiv. Nochmal, ich halte das auch für wichtig, dass die Kinder sich vermehrt bewegen. Denn die Statistiken zeigen ja, dass sie in der Schule sitzen. Und wenn sie nach Hause gehen, dann sitzen sie vor dem PC, sodass eigentlich die Bewegung insgesamt viel zu kurz kommt. Andere konkrete Frage, Frau Baumann. Wäre das eine sinnvolle Geschichte, dass man wenigstens mal erreichen könnte, dass die Ganztagsschulen einen einheitlichen Unterrichtsschluss am Nachmittag haben, zum Beispiel 16 Uhr? Eine alte Forderung des Sports. Aber das weiß jeder, der irgendwo im städtischen Bereich lebt. Das geht schon alleine nicht aus den ganz, ganz einfachen Gründen, zum Beispiel des Bustransports. Ich weiß es nur aus Tübingen. In Tübingen muss zwischen der Geschwister-Schulschule im Norden, dem Carlo-Schmidt-Gymnasium im Süden und der U-Landstraße irgendwo ein Fenster sein. Genau genommen sind es 25 Minuten, weil die Busse ja schleifen fahren und die Schüler an unterschiedlichen Orten rauslassen. Und damit ändert sich schon auch hinten der Schulschluss. Aber die Frage halte ich für ganz gefährlich. Wenn ein Verein auf eine Schule zukommt, um mit der Schule zu kooperieren, dann ist der größte Fehler, den ein Verein machen kann, dass er glaubt, er kann die Schule umkrempeln. Denn da sind so viele Zwänge dahinter, da ist der Sport wirklich nur ein kleines Mosaiksteinchen. Man muss schauen, dass man mit der Schule im Rahmen dessen, was die Schule bieten kann, für die Kinder, die im Verein, das sind natürlich dann immer sportartspezifische Wünsche, die man hat, eine Möglichkeit erhalten. Und ich denke, dass das schon immer auch möglich ist, wenn es in den Kooperationen realistische Forderungen gibt. Wenn zum Beispiel die Sporthallen tatsächlich für Vereinsinteressen dann genutzt werden können, sobald der Sportunterricht beendet ist. Was zum Beispiel in unserer Schule bedeutet, es gibt bei uns kaum eine Tanz-AG, es gibt keine Akrobatik-AG, es gibt Basketball, es gibt Volleyball, es gibt Judo, es gibt Fußball. Und das sind die Konsequenzen, die man dann als Kooperationspartner Schule eben dann auch mitträgt. Herr Professor Bösing, was würden Sie als weitere zwingende Notwendigkeiten sehen, die in dieses Kooperationsprogramm reingehören? Einleitende Frage wäre, reagiert die Lehrerbildung, die Lehrerausbildung, Sie sind für Gymnasienzustände, die Referendare, reagiert die auf diese Situation, Ganztagesschulen oder gar auf Sportförderung in Ganztagesschulen? Noch zu wenig. Wir machen übrigens die Erfahrung, dass die Referendare im Rahmen ihres Studiums zunehmend weniger praktische Voraussetzungen mitbringen für ihr Dasein als Lehrer nachher in der Praxis. Besonders bei Sportlehrern ist das der Fall, die immer weniger sportliche, übersportliche Qualifikationen verfügen müssen, was wir im Sport mit großer Sorge sehen. Die Anteile der Praxisausbildung im Rahmen der ersten Phase der Lehrerbildung, sprich an der Universität, beziehungsweise an der pädagogischen Hochschule, sind sukzessive immer weiter reduziert worden, zugunsten von Theorieveranstaltungen. Und das halte ich für ganz gefährlich. Auch werden praktische Veranstaltungen im Rahmen der Universität zunehmend fachfremd unterrichtet. Also ein Handballer unterrichtet dann halt nebenbei auch noch Basketball mit. Können wir, Herr Tappesser, Sie mal fragen. Es gibt ja auch, jetzt wurde davon gesprochen, die Ganztagesschule braucht mehr Sporthallen. Klar, weil sie bis nachmittags mindestens 16 Uhr die Hallen belegen. Gibt es von Seiten des WLSB da die Möglichkeit, dass der Stau im Sportstättenbau mal abgebaut wird? Es besteht nach wie vor im Vereinssportstättenbau, aber auch im kommunalen Sportstättenbau ein Stau. Also wir haben zwei bis drei Jahre, müssen die Vereine aufs Geld warten, müssen teilweise die Kommunen aufs Geld warten. Lassen Sie mich aber trotzdem noch ein bisschen vorher ansetzen, denn die Formen der Zusammenarbeit, die wir einüben müssen, die versuchen wir auch vom Sport zu üben. Denn ohne Training kein Erfolg. Wir haben mit unserer Stiftung des Württembergischen Landessportbundes Stellen finanziert, die jetzt ausprobieren sollen, welche Koordinationsleistung gemacht werden muss zwischen Vereinen, Schulen und Schulträgern. Wir haben einige Sportkreise, die über Stiftungen von den Banken, Sparkassenstiftungen als ein Beispiel, um hier keine Werbung zu machen, Stellen einrichten, um das zu koordinieren. Wir verhandeln zurzeit mit dem Kultusministerium, dass bei den staatlichen Schulämtern Lehrerinnen und Lehrer freigestellt werden, die Vereinserfahrungen haben, die diese Koordinierung voranbringen. Und bitte nicht zu vergessen, es müssen auch die Städte und Gemeinden das wollen. Und diese Formen des Einübens, des Ausprobierens, Sie haben ein Heft hervorgehoben, ich mache das Gleiche, haben wir in Form von Best-Practice-Beispielen gesammelt. Und da sehen Sie, auch um ein bisschen Optimismus in diese Veranstaltung heute Abend reinzubringen, es funktioniert an vielen Stellen schon sehr gut. Wir müssen aber dieses eher Zufällige auf sichere Beine stellen, damit eben möglichst viele Schülerinnen und Schüler, möglichst viele Eltern und natürlich auch Schulen in den Genuss, Vorteil, Sport an der Schule zu kommen. Herr Prof. Bösing und dann kommen Sie dran, Herr Dr. Kahn. Ich darf einen Punkt noch ergänzen als Best-Practice-Modell. Wir sollten zum Beispiel auch mal nach Hessen schauen. Dort haben wir den Lehrertrainer. Das heißt, das sind Personen, die einen Teil ihres Deputates an der Schule als normaler Lehrer absolvieren und einen Teil als Trainer. Und das ist ein sehr, sehr gutes Modell, das dazu führt, dass zum Beispiel Hessen in der Nachwuchsarbeit im Basketball eine führende Rolle mittlerweile in Deutschland eingenommen hat. Herr Dr. Kahn, wenn ich mich so einleiten darf, Optimismus ist Pflicht, insbesondere von FDP-Politikern. Und jetzt Ihr Kommentar dazu, was kann man noch alles machen, weil wir sind ja in dem Teil Lösungsmöglichkeiten und es gibt schon welche. Also in der Tat, als Liberaler muss man ja zum Leben sagen. Und wir haben eine optimistische Einstellung auch in die Zukunft. Wir glauben auch an die Zukunft. Da haben Sie auf jeden Fall recht. Ich wollte daran anknüpfen, was Herr Tappeser gesagt hat, dass wir möglichst vielen Kindern auch die Möglichkeit geben, an den Schulen in Kontakt mit Sport zu kommen. Das ist auch eine soziale Frage, weil wir haben leider immer mehr Kinder, die von zu Hause eben nicht so tief gefördert werden und die Möglichkeiten haben. Und dann finde ich schon auch als Liberaler, dass der Staat die Pflicht hat, diese Kinder nicht allein zu lassen. Und wir haben doch jetzt funktionierende Infrastrukturen im Schulbereich. Wir haben funktionierende Infrastrukturen im Vereinbereich. Und da müssen wir jetzt eine Win-Win-Situation machen. Und das wird nicht ohne zusätzliches Geld gehen. Aber ich glaube, wenn man es nur mal ökonomisch betrachtet, wird sich das trotzdem lohnen. Denn wenn Sie sich überlegen, wie sich Bewegungsmangel dann in späteren Jahren auswirkt, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, diese Gelder in die Prävention, weil man soziales Lernen, aber eben auch für die Gesundheit was tut. Finanzierung nochmal, Frau Baumann, vielleicht an Sie. Wie wäre es, wird an solchen Best-Practice-Schulen, wie im Sportwerd der Geschwister-Schulschule in Tübingen ist, auch daran gedacht, vom Sponsoring her oder so, die Wirtschaft ein bisschen mit ins Boot zu nehmen, um eine bessere Ausstattung zu kriegen? Das wäre wünschenswert. Also wir basteln daran, aber so gerade Sportstättenbau, das sind ja dann immer Summen. Da findet man nicht so schnell gleich einen Geldgeber. Ich möchte aber zu der Best-Practice-Geschichte schon noch etwas sagen. Es gibt ja den Lehrertrainer auch in Baden-Württemberg. Da muss man auch wirklich rühmlich sowohl den WLSB als auch den LSV herausheben, die da schon reagiert haben. Was wir zum Beispiel jetzt haben, auch eine ganz tolle Neuerung, ist, dass eine FSJ-Stelle eingerichtet wird, die ja hauptsächlich vom WLSB, teilweise vom Verein und ein klein wenig auch von der Schule, von unserem Ganztagestopf bezahlt wird. Und damit bekommen wir einen jungen Menschen, der direkt aus dem Vereinsleben kommt, der die Verzahnung, Grundschule, Gymnasium, Gemeinschaftsschule schaffen wird, der den ganzen Tag für uns zur Verfügung steht und in dem sein Hauptfeld die sportliche Begeisterung, und die sportliche Begleitung der Kinder sein wird. Und der hat kein versicherungsrechtliches Problem im Unterricht? Nein, denn der ist ja im Rahmen einer sportlichen Veranstaltung tätig und damit fällt er einfach in die Haftpflicht der Schwulen und ist ja auch über den WLSB geführt. Also ich sehe auch, liebe Frau Baumann, im freiwilligen sozialen Jahr die Stütze auch für unsere Vereine, denn unsere Übungsleiter sind zum großen Teil ja selber berufstätig und haben nicht diese Spielräume. Und die freiwilligen sozialen Jahr-Dienstleisterinnen und Dienstleister, die können sehr viel überbrücken und vor allen Dingen, die haben ja auch sehr viel davon, weil sie sehr früh in der Verantwortung stehen. Ich halte übrigens dieses Gerede, Entschuldigung, dass ich das so despektierlich sage, von den versicherungsrechtlichen Problemen für ein typisch deutsches, es gibt es nicht. Es sind Schulveranstaltungen und Schulveranstaltungen sind versichert. Und wenn es Vereinsveranstaltungen sind, dann sind es Vereinsveranstaltungen und damit sind sie versichert. Also ich sehe das nicht so, wie manche das an die Wand malen. Ich glaube, wir haben gerade durch die FSJler und das FSJ im Schulbereich, wird ja auch etwas besser gefördert als in anderen Bereichen. Eine gute Möglichkeit, Durststrecken, die die Vereine nicht mit qualifizierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern erbringen können, zu überbrücken. Und deshalb ist mir auch nicht bang, wenn mich ein Verein fragt, und wir haben ja viele Kontakte mit den Vereinen, ja, wie sollen wir das denn alles machen? Wie sollen wir das noch machen? Deshalb gibt es bei uns qualifizierte Beratung. Und wenn wir jetzt auf der Gegenseite nicht nur zufällig, sondern planmäßig bei den Schulen und bei den Schulträgern Ansprechpartner haben, wenn die Rahmenbedingungen klar sind, fängt an bei den Zeiten, wann stehen den Vereinen die Hallen zur Verfügung, wann der Schule, bis hin zur Bezahlung. Und auch bei uns in der Sportprävention, ein Koronarsportübungsleiter wird immer mehr bekommen, weil er eine ganz andere Ausbildung hat, als ein Übungsleiter, der sich mit weniger anspruchsvollen Klientinnen und Klienten, weil sie alle gesund sind, zu beschäftigen hat. Und so wird es im Sport auch sein. Das eine wird etwas teurer bezahlt und das andere wird etwas günstiger zu haben sein. Schlussrunde einleiten. Sie dürft aber gerne noch Bezug nehmen, Herr Dr. Kamm. Wie weit würden Sie sagen, Ganztagsschule kann auch für die Sportförderung, für den Politiker eine Chance sein? Ja, ich möchte darauf anknüpfen. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir zu einer Rahmenvereinbarung kommen, dann sind viele rechtlichen Fragen, die jetzt noch existieren, obsolet. Weil das hat ja auch was mit Aufsichtspflicht und so zu tun. Und wir haben ja auch gerade im ländlichen Bereich nicht ganz so die professionellen Strukturen, die wir vielleicht in Tübingen haben, mit hauptamtlichen Trainern. Also dann dürfen wir auch die Schulleiterinnen und Schulleiter nicht alleine lassen. Und deshalb muss es da, glaube ich, schon noch die ein oder andere rechtliche Frage geklärt werden mit so einer Kooperationsvereinbarung. Jetzt hatten Sie gefragt, was... Abschließend kurz. Wie geht es in die Zukunft? Ich glaube, wenn wir die Ganztagesschule als Angebot machen, für diejenigen, die es haben wollen, dass wir dann durchaus eine Win-Win-Situation machen können, dass beide davon profitieren. Ich glaube, es gibt ein Düsseldorfer Modell, wo 80 Prozent der Schulen Ganztagesschule sind. Und weil es dort gut funktioniert, die Kooperation, haben die Vereine auch sehr viel neuen Nachwuchs generieren können. Und das wäre ja eine wunderbare Sache. Frau Bormann, die optimale Kombination von Schule und Leistungssport sieht so aus? Durchaus, weil wir als Erster schon mal gar keine Alternative haben. Und ich versuche immer an den Tatsachen, mich zu orientieren. Wenn ich die Ganztagesschule habe, dann muss ich schauen, dass ich als Herzblutsportlerin und Trainerin eben daraus das Beste mache. Und das Wichtigste, ich habe es in meinem Eingangsstatement gemacht, ist die Wertschätzung. Die Wertschätzung der Lehrer und der außerschulischen Personen, die den Sport in der Schule mittragen. Und die Wertschätzung der Schüler für ihre besondere Leistung. Und wenn das in einer Schule, das kann im kleinsten ländlichen Bereich wie auch im städtischen Bereich sein, wenn das funktioniert, wenn dort eine gute Kommunikation stattfindet, dann bin ich ganz sicher, dass man auch Talente über diese Belastung G8, über die Belastung in der Ganztagesschule, im Leistungssport hält. Es gibt dafür schon viele gute Beispiele. Und ich hoffe, dass sich das jetzt noch deutlich vermehrt. Meine Hoffnung ruht wirklich auf dem Landessportverband und dem WLSB. Das funktioniert gut. Herr Professor Bösing, worauf beruht Ihre Hoffnung im Spannungsfeld? Einerseits Sportförderung und andererseits Ganztagesschule. Zwei Sätze. Erster Satz. FSJ ist eine Übergangsmöglichkeit, um Defizite auszugleichen, aber kein Zukunftsmodell auf Dauer. Denn dieser permanente Wechsel hat natürlich für die Vereine auch große Nachteile. Zurück zu deiner Frage. Ganz konkret sieht es so aus, dass wir als Verbände der Sport insgesamt die Ganztagesschule einfach positiv angehen müssen. Wir müssen es als Chance begreifen. Und ich plädiere dafür, dass wir als Sport auf die Schulen zugehen, dass wir auf die Schulträger zugehen, dass wir auf die Schulverwaltung zugehen und gemeinsam nach Lösungen suchen, wie wir alle Kinder, denn nur in der Schule kriegen wir alle Kinder zum Sport, für unseren Sport gewinnen. Und dass wir aus dieser Breite heraus in der Lage sind, auch eine zukunftsorientierte Spitze zu entwickeln für unseren deutschen Spitzensport. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei der Runde. Wir sind leider schon am Ende der Sendung. Liebe Zuschauer, für Sie noch der Hinweis, der nächste RTF1-Sporttag hier aus dem H3 in Eningen kommt an einem Montag, den 8.7., weil die hochkarätigen Gäste so einen vollen Terminkalender haben, dass es nicht anders ging. Das Thema wird sein, wer die Wahrheit sagt, ist mein Feind. Doping und kein Ende. Unsere Gäste werden sein Herrn Sörg Kofink, Professor Pericles Simon und ein Einspieler-Interview mit Ines Geibel. Freuen Sie sich darauf, denken Sie dran, Bewegung tut gut. Ich danke für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017